jo leute willkommen zurück zu just cause 3 und ich würde sagen machen wir mal weiter wo wir stehen geblieben sind auch ich bin doch nur weitergegangen aber wenn du probleme haben willst obwohl das geht ja einfach an so und so dass wir zerstört natürlich alles zerstören was uns in quere kommt ich glaube ich habe es eingenommen jedoch nicht jetzt habe ich es eingenommen so zwei von sechs ansiedlungen und da wir jetzt im flugzeug haben können wir uns auch besser umschauen ich schätze mal hier hinten ist was oh da gibt es sogar gleisen krank krank alle sind tot woher fliege ich denn zu nein so einfach weiter mit dem jet wäre es natürlich viel schneller aber wir haben leider kein jet ähm hier so so vielen danke und jetzt weitermachen machen provinz wartet betrieb ich so hier kann ich etwas geiles machen aber und war nicht da schon ja das haben schon gemacht dann trotzdem weiter geht es könnte ja sein dass irgendwas ist genau ich wusste es da ist irgendwas wenn ich ein bisschen schneller so sturzflug geht natürlich immer ich weiß nicht wie viel kilometer wir noch brauchen aber na gut ich will mal kurz gucken was das hier ist das ist das hier ich will es mir mal genau unter die lupe nehmen genau nicht so nicht so ich will es nur ansehen was das hier ist so vielen dank was ist das hier ist das die ravelos wohnung meine wohnung hier ist sogar eine mauer umgeben das heißt ganz schön wichtige persönlichkeit er wohnt hier so natürlich fliegen wir weiter so ist da was gucken wir mal ganz genauer hin man weiß ja nie da muss man auch ganz genau gucken da steht anziehung hinzugefügt dann ist hier was hier ist nichts okay dann gucken wir hier ist was 100 prozent dann sind wir doch auch gleich in der nähe ich könnte eigentlich abspringen und nee aber das möchte ich nicht so einfach weiter fliegen leute so aber ganz leichten sturzflug so da haben wir ein propaganda platz moment stopp ganz vorsichtig und ganz blutsam aber eins haben wir zerstört die staatung zerstellen wir auch gleich so ja habe ich jemanden nur getötet so moment ich zerstör mal das hier ja die luft kann man viel besser zerstören viel viel besser zum beispiel autos und so weiter moment natürlich geht's da weiter ach ich sehe da was was du nicht siehst genau ja dann kommen wir alle her moment ich dachte ihr attackiert mich kronk hat es mir nämlich gesagt so nordsprecher was noch da ist noch nordsprecher so dann komme ich mal ein bisschen näher dann zerstöre ich mal naja ich muss ein bisschen für carson naja ich muss ein bisschen für carson ok ich bin weg weg ich bin das nicht oh das das war schön hallo ich bin das nicht ey sag mir nicht da ist ein ich dachte schon ein halbnackter Mann ja ok dann mach ich das dann mach ich das halt hä hallo ok wenn ich so haben wollt so rebellenrufen ja dann hast du mich so tschüss oh ja weitere schiffe sind unterwegs um euch zu unterstützen schiffe please no ups da einfach mal durch dann sucht man mich so da sind gleich zwei so moment es gibt noch monitore so alle Mann ausschweren und dann nicht hier oben noch und haben wir es ja wir haben es wo sind die nächsten die nächsten sind dort hinten aber ich mache jetzt mal was genau ich bin nur noch umgelaufen und ja sie sind einfach nur zu blöd mich zu finden so das war ich hier oder oha was soll das wie hast du mich genannt so so ja fliegen ist doch gefährlich meine dame okay ich habe es doch geschafft so oh ja toll und zerstört sei einfach leise verstanden oder noch ein propaganda und das ist ja hier gleich hinter mir so wo ist es moment ich markiere es noch mal okay da unten so und wir haben es geschafft los findet den rebellen er darf nicht entkommen so zerstört die flagge ist so und ja ja haltet mich mal davon ab uns liegen berichte über kampfhandlungen vor alle einheiten hierher nein alle einheiten verschwindet mal denn ich habe das hier eingenommen so fehlen nur noch drei und dann müssen wir herausforderungen machen hier ein zwei und entweder hier oder dort hm ich gucke mich erstmal hier mal um weil wie viel sind das drei so ich brauche ein auto leute warum läuft die weg wir haben doch gewonnen oder wollt ihr die die ravello haben so was soll das nein mach das doch nicht ich bin total aufgeregt gelater wurde von der tyrannei der drm befreit endlich verbreiten keine lautbrecher mehr die ravellos schwachsinnige parolen genau was soll das denn bedeuten ach so das ist nur ein ne ja dann würde ich sagen gehe ich hier 2,2 kilometer okay dann würde ich sagen den berg wieder hoch hochfliegen hochfliegen moment komm das schaffst du so ouch was soll das nein stell auf stell auf dankeschön boah ich dachte schon du stehst nie wieder auf ach komm mhm 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 so werde ich das jetzt machen boah war das knapp so moment und weiter oh man wir sind ganz schön weit oben so moment oh yeah 800 moment mal was ist das da oben ne basis ja gut so 800 meter hat er erst gemacht gut habe ich hatte hd ja sein rekord gebrochen so dann hier noch und es gibt hier ja und sagt meine lieben so alles drauf zerstört sie wissen was man sagt die große staat so ich wiederhole auch keine munition mehr so moment ich mache vieles ähm ja ouch guten Tag ich habe gehört ihr wollt sterben ich bin hier so nein nochmal hoch so okay Leute wir haben es gleich geschafft erstmal muss der sterben und das muss noch erledigt werden ach moment mal ein bisschen für Verwüstung sorgen oder komm brennen oh ja ja genau genau das wollte ich erreichen für Verwüstung sorgen so na ihr beiden hallo da komm her volle deckung genau ouch das hat bestimmt weh boah und ich dachte schon ich wäre auch erledigt aber ein glück nicht da bin ich von beiden seiten schnell ich muss schnell hier rein genau den ziehfessel so schön guten Tag so viel Spaß würde ich sagen wir haben feinkontakt alle verfügbaren Einheiten hierher und der ist gerade aufs Morgon geflogen so hier gibt es eine Kirche hier drinne oh das ist ja mal eine moderne Stadt Moment hier ich habe wieder Munition so Moment ich würde sagen erst mich hier hoch alle Einheiten in Alarmbereitschaft Sichtkontakt wieder herstellen ja da hoch ähm hast mich nicht verstanden Rico Rico Rodriguez so die nächsten Gegner wo sind die oh sein Unterkörper ist ja noch da ach Moment ich habe da gerade was gesehen so zum Beispiel nicht gefunden suche abbrechen wow die gehen aber sehr schnell auf so wohnen gehen wir jetzt als nächstes geradeaus so wo ist es ich höre es mache ich ruhig verstanden so einmal hier alle Einheiten klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen ja Gewaltausschreitungen die Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch also kommt gehört zu dem Bösen ach man gut guten Tag eine Granate so ich habe es geschafft also muss ich nur noch die Flagge essen und alle Einheiten zurück auf ihre Posten der Rebell ist entkommen nicht ganz du meinst wohl die Stadt gehört jetzt den Rebellen genau tschüss meine Lieben jetzt gehört die Stadt uns Vista Dracon nur noch vier und Moment mal Statistiken ich will mal kurz mal sehen 57% cool so Moment ähm ja ich schätze mal da unten so ich wollte hier noch was ach ja ich wollte ja noch Waffen holen so wo ist die Polizeistation oh Sportwagen 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 wohl da war ein Helikopter also brauchen wir jetzt nicht wisst ihr schon das Neueste wisst ihr schon das Neueste Vista Dracon wurde befreit kämpft weiter meine Freunde bitteschön so Helikopter sehr gerne und jetzt fliegen wir dorthin und 1,8 Kilometer ja damit geht's schneller und da sind wir auch schon so wir brauchen auch noch zwei Ansiedlungen und dann haben wir es geschafft und dann können wir auch Herausforderungen Mission machen also nicht wundern Leute oh wir sind 1 1 Kilometer weiter unten gut zu wissen tschüss ich bin auch ab mal gucken wir zuerst unten ist du oder ich Moment okay du äh ja äh ich muss auch auf dich warten ja 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 genau genau und landete genau da nicht da nicht da hin mhm auf dem Hochhaus wäre es schlecht bedarf von Pulserstation ja ja man perfekt wirklich das das war perfekt obwohl wir können ja ey ist einfach leise verstanden so okay gehen wir und die nächsten gebäuden oh so ja dann holt mal Verstärkung könnt sowieso nichts so Halbstofftank einmal das hier und schon habe ich ein bisschen für Verwesdung gesorgt so okay Moment es geht auch einfacher oder auch nicht dann einmal das hier ähm lag es gerade wirklich so sehr hä lol okay nochmal okay cooler bug und um leid meine Schwester heute genau es waren zwei Parts dass sie nicht halten musste und jetzt holt sie okay ein paar ein paar so weißt du was ich habe besser als Granaten das hier oder sich falls gar nichts getroffen habe ach komm so jetzt wurde es zerstört jetzt noch ein bisschen und dann wo bin ich hin wo bin ich denn gerade hingesprungen äh war ja hingesprungen genau schön einmal das und zweimal Rebellen rufen so so vielen Dank und noch einmal aktivieren und wir haben es geschafft ja ich habe eine Waffe was willst du denn tun wir schicken Verstärkung zu eurer Position und mein lieben ich brauche Waffen hallo was greift ihr mich an ich wollte nur reingehen oh ja du standst im Weg unterwegs und müsste in kürze bei euch sein so krank sei leise so man es leckt wirklich zu viel hier Verstärkung ist unterwegs so ich finde mich sowieso nicht am lahmstilfe zu setzen das ziel ist immer noch da draußen findet ihn und denkt wo ist noch ein propagandawagen und hier ist noch ein dirabellos band irgendwo ähm moment jetzt sind da zwei okay noch einmal so die ravelos band an alle einheiten zielperson ist entkommen ja ich bin schon lange entkommen und weiter geht's so und hier aber ganz schnell eine minute haben wir Zeit so und zwar wirklich schnell leute oh man sei leise nur der reine geist ist glücklich ähm dirabellos keiner glaubt dir mehr so und gleich habe ich es geschafft nur das wird jetzt ziemlich knapp nein wie bin ich da runtergefallen so und bitte oh man oh man oh man ganz schön knapp so die meisten sachen habe ich schon gesehen ich sag noch eins so viele von denen hier von den lautsprechern und moment was ist das denn ist das ein kino so moment was noch ganz hinten ja das kann ich sogar amüsieren tschüss oh ja projektor ok leute ich würde sagen wie es dann weiter geht bei just cause 3 das sehen wir beim nächsten mal also leute bis dann tschüss das poi tschüss das bei Justus an